Du bist so ein bisschen Wichser, ne? Mhm, hab dich auch lieb oder so. Warum bin ich los, jo? Zum Schuss. Ja, egal. Oh nein, ich pack. Oh, schade. Und dir, Walter. Ich bin nicht glücklich über die gesamte Situation. Ich schon. Fick dich, Chris. Yeet. Das ist halt so ehrenloser Müll, ne? Piss dich. Auf gar keinen Fall. Ich muss mich mal wen anders haben als Lucio. Hm, Junge. Du bist tot, ne? Ey, ja, ja. Nein, ich wollte mir so weggesiebt werden. Überhaupt nicht. Ich will nicht mehr Lucio sein. So, warte mal. Ich hab gerade so eine Lust hier geholt. Die kann doch was. Nein. Also bei Josch halt egal, weil er ist Lucio. Er kommt wieder raus, aber... Aber Josch, es gibt doch Hero Skips. Du kannst einfach skippen. Ne, das ist ja... Ja. Ich will sowas machen. Komm, stopp ihn ab. Halleluja. Ach, schade. Was sagts denk ich mal? Brains oder Rains von dem Buff? Brains. Brains? Brains von dem Buff? Ja. Brains von dem Buff? Brains von oben. Ja, aber was für... Gehirn? Hä? Brains gegen. Achso. Ja, ich versteh mal Brain. Was für Brains von dem Buff? Darf ich auch mal wen töten von dem? Ich komm hier nicht raus. Alter. Was denn was für ein Scheiß jetzt? Halleluja. Komm, ich... Ich gewill mich mal zu euch. Undi, das ist ja unfair jetzt auch. Oh, schade. Ich kann da von außen durch. Das finde ich gut. Schmeckt aber nicht. Aua. Oh, geht noch weg. Geht? Oh nein. Warum lebt der noch? Ich will das nicht. Aua. Hilfe. Bitte helfen sie mir. Ich bin in Gefahr. Wir werden nicht. Ne. Greif von den anderen. Besser an. Hallo, das ist unfair. Jetzt stirbt mal endlich, alter. Ne, ne. Ach, ihr seid doch beide. Umso, ne. Das ist so ehrenlos, ne. Egal, jetzt hab ich Haukris jetzt. Nein. Fuck you bitch. Nichts. 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 Fuck. Okay. Aha. Ach, Digga. Ach, Digga. Ach, Digga. Hehehe. Halleluja. Ja. Och, nur gedauert. Aua. Ja, quatsch. Ach, Mann. Fearne. Aber, egal. Das ist nicht mehr. Ach, wie f�lt sowieso. Egal. das will ich mir ach quatsch na feine die nein was ich hasse euch beide was soll der scheiß jetzt hier ich hab das mich hat das gleiche pech wie das mag ich jetzt nicht du bist so ein wichser auch kommen wer sind jetzt die mercy wie lange existiert ob eigentlich ich frag für ein freund ist ja auch mal irgendwann weg dankeschön nein das ist vorbei Bis zum nächsten Mal.